Hey, liebe Mahlfreunde! Heute zeichnen wir ein Mädchen, das in einem Schuhmling sitzt. Zuerst zeichnen wir die Augen von dem Mädchen. Jetzt zeichnen wir die Nase und den Mund. Nun zeichnen wir die Form des Kopfes. Wir zeichnen ein Ohr. Jetzt zeichnen wir die Schuhe und hohe Form der Mädchen. Wir zeichnen den Mädchen einen schönen Zopf. Jetzt zeichnen wir den Körper. Wir zeichnen zwei Beine. Jetzt zeichnen wir den Körper. Nun zeichnen wir den Schwimmring. Jetzt zeichnen wir alle Läden noch mehr nach. Und jetzt zeichnen wir den Körper. Ich brauche die dermatischen Läden, nicht ihrajuice. ie Bis zum nächsten Mal. Den Haargummi und den Badeanzug malen wir rot aus. Die Haare malen wir in gelb aus. Den Schwimmling malen wir in hellblatt aus. Die Haare malen wir in gelb 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 aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017